Wir vertiefen das Thema jetzt noch ein bisschen und sprechen mit Maximilian Breyer. Er ist Geschäftsführer eSport Rhein-Neckar. Wir haben es eben im Beitrag schon gesehen, ein körperliches Defizit spielt eigentlich kaum eine Rolle in dieser Sportart. Kann man also sagen, das kann wirklich jeder machen? Auf jeden Fall. Ich denke, dass der eSport den ganz großen Vorteil hat, dass man eben kaum körperliche Unterschiede auch zwischen Männer und Frauen vor allen Dingen hat, was man ja im klassischen Sport hat, oder auch körperliche Nachteile durch Behinderungen etc. pp. Da haben wir im eSport eine tolle Chance, da eine gewisse Inklusion einfach zu schaffen, um jeden mitzunehmen, um das eben auszuprobieren und aber auch bis zu einem gewissen Top-Level auch zu perfektionieren. Inwiefern ist es einfacher, im eSport erfolgreicher zu werden, als im, in Anführungsstrichen, normalen Fußball im Profisport? Das ist generell, glaube ich, schwer pauschal zu sagen. Da kommt sicherlich auf die eSport Titel drauf an, wie viele Leute generell diesen eSport Titel überhaupt spielen im Vergleich zur gewissen Sportart. Ich denke aber, dass die Einstiegshürde wahrscheinlich leichter ist als beim klassischen Sport. Man kann bei den meisten eSport Titeln sich einfach an den PC setzen, sich mit dem Internet oder über das Internet sich mit anderen Leuten verbinden und sofort losspielen. Braucht zum Beispiel nicht wie beim Fußball mehrere Leute, die sich direkt vor Ort treffen. Da hat man auf jeden Fall eine Chance. Wie komme ich denn überhaupt in die Szene rein, wenn ich jetzt sage, Mensch, das interessiert mich, ich möchte da auch professionell dabei sein. Kann ich einfach bei Turnieren mitspielen? Muss ich entdeckt werden? Muss ich in einen Verein eintreten? Wie funktioniert das am besten? Also am besten ist es natürlich immer spielen. Erstmal loslegen, für sich spielen. Es gibt sehr viele Turniere auf Amateurbasis, auf Amateurniveau, wo man sich einfach mal anmelden kann. Dann da einfach ein bisschen seine Erfahrungen sammeln, trainieren. Es gibt in vielen Spielen schon implementierte eigene Ligen oder Systeme, wo man sich mit anderen messen kann, dort eben schon feststellen kann, hey, ich bin besser vielleicht als der eine oder andere. Ich möchte den nächsten Schritt wagen. Und da gibt es dann natürlich diverse Ligen später, die man bespielen kann und da eben schauen kann, hey, für was reicht es? Wie ambitioniert bin ich? Habe ich Zeit? Habe ich Talent? Kann ich mich da weiterentwickeln? Ganz kurze letzte Frage. Es ist auch ganz, ganz wichtig, körperlich fit zu bleiben. Warum ist das so und wie hält man sich am besten fit? Also es gibt ja diesen etwas abgedroschenen Spruch, fitter Körper, fitter Geist. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache auch im E-Sport. Ich denke, dass durchs viele Sitzen da eine gewisse Grundfitness auch gut sein muss. Man muss sich lang konzentrieren und wenn man körperlich fit ist, fällt einem auch psychische Anstrengungen leichter. Herr Breyer, vielen lieben Dank für die Zeit und viel Spaß beim Weiterspielen. Gerne. Danke. Tschüss.